Musik Kung Fu ist seit jeher ein Symbol für Anmut, Kraft, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Weisheit. Musik Allerdings wurde der wahre Sinn dieser Kunst in den letzten Jahren häufig missverstanden. Denkt man an Kung Fu, tauchen meist Bilder von miteinander ringenden Kämpfern auf, die ihre Kräfte in tödlichen Duellen messen. Aber der eigentliche Grund, warum diese Kunst vor 2500 Jahren entstand, war nicht die Selbstverteidigung, sondern die vollkommene Selbstverwirklichung. Die Mönche in den alten Shaolin-Tempeln suchten einen Weg, ihre Körper während der langen Meditationen besser beherrschen zu können. Sie kombinierten die Techniken der Geistesdisziplin mit fließenden Körperbewegungen. Die Macht dieser Kombination ließ sie nicht nur zu den weisesten Gelehrten, Philosophen und Lehren ihrer Zeit werden. Sie waren auch die berühmtesten Kämpfer. Weil viele von uns den ganzen Tag sitzen, wie die alten Shaolin-Mönche, haben unsere Körper ihre natürliche Kraft und Geschmeidigkeit verloren. Aber schlimmer noch, die täglichen Belastungen und Anspannungen lassen unsere Körper immer mehr verkrampfen. Aus Erfahrung weiß ich viel über Stress. Ich muss mich erst von diesem Stress befreien, um wieder kreativ sein zu können. Sei es als Autor, Schauspieler, bei Kung Fu oder irgendeine meiner anderen Tätigkeiten. Niemand von uns kann den Stress völlig vermeiden. Aber wir können verhindern, dass er uns Schaden zufügt, unserem physischen und seelischen Wohlbefinden. Wir sollten uns wieder mehr auf die Natur besinnen. Die alten Chinesen begründeten Kung Fu auf den Bewegungen der Tiere und der Elemente. Sie entdeckten die Kraft des Bären, die Anmut der Katze und die Schnelligkeit der Schlange. Sie beobachteten, wie mühelos sich diese Tiere bewegen. Und indem sie sie nachahmten, vervollkommneten sie ihre Kraft, Balance und Koordination. So gewannen sie neue Einsichten in das Wesen der Natur.